Hallo und herzlich Willkommen in der traditionsreichen Waffenstadt Suhl. Suhl liegt am Südrand des Thüringer Waldes und hat eine jahrhundertelange Tradition in der Herstellung hochwertiger Jagdwaffen. Wir stehen im Zentrum von Suhl auf dem Platz der Deutschen Einheit. Das Fachwerkhaus im Hintergrund ist das Waffenmuseum. Der Steinweg ist die Haupteinkaufsstraße von Suhl. Alle Häuser wurden hochwertig saniert. Nette kleine Geschäfte laden hier zum Bummel ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind jetzt am großzügigen Marktplatz mit dem Rathaus und dem Waffenschmiededenkmal. Damit endet unser kleiner Stadtrundgang in der Thüringer Stadt Suhl. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Städtedokus. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.